Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Entschuldigt bitte, dass ich mich im letzten Part nicht verabschiedet habe. Risen 2 hat sich beim Laden aufgehängt und ja, da konnte ich mich nicht mehr verabschieden, würde voll. Deshalb entschuldigt bitte vielmals, ich klau mir noch schnell ein paar Sachen auf. Tut mir leid, ist saublöd gelaufen, ich weiß. So, ja, ich würde wirklich gerne mal einen mühsen Schlaf in Anspruch nehmen, aber ich habe keine Ahnung, wo ich denn schlafen darf. In diesen Baracken-Dingens darf ich ja auch nicht und ich renne trotzdem mal kurz zurück, bevor wir die Wildschweine angehen. Ich sage immer Wildschweine, Entschuldigung, Warzenschweine. Bevor wir die Warzenschweine angehen, möchte ich gern gesund sein und ich möchte auf keinen Fall das bisschen Krog, was wir noch haben, verwurschteln, verbrauchen und somit, ja, es muss hier irgendwo eine Möglichkeit geben, wo wir pennen können. Das gibt es ja nicht. Was haben wir denn da drüben für ein Haus? Da war ich ja auch noch nicht. Aha, da haben wir die Sache mit den Arbeitern. Hier schlafen die Arbeiter. Aha, okay, lol, ich bin halt einfach zu spät dran, ne? Was haben wir denn da Schönes? Dreckiges Hemd. Dein Ernst, sie hätten mir das nicht kaufen brauchen. Naja. Naja, was soll's. Dieses Häuschen hier habe ich irgendwie zu 100% übersehen. Ja. Sauber. Assad, hi. Ich habe Hunger. Die Wachen geben mir nichts mehr zu essen. Warum lassen sie dich hungern? Warum lassen sie dich hungern? Ich habe versucht zu fliehen. Oh. Das ist meine Strafe. Hier hast du was zu essen. Hier, hast du was zu essen. Du bist ein guter Mann. Ich habe einen Rat für dich. Gehe nicht nach Osten ins nächste Tal. Dort warten meine Brüder. Sie sind entkommen und sind sehr zornig. Sie werden dich töten, wenn sie dich sehen. Das fürchte ich auch. Warum sollten sie denn... Warum sollten sie das tun? Ich gehöre nicht zur Inquisition. Warum sollten sie das tun? Ich gehöre nicht zur Inquisition. Für sie sind alle Gutschus gleich. Kann man nicht mit ihnen reden? Für meine Brüder ist die Zeit des Redens vorbei. Sie haben Waffen und Rüstung aus den Gräbern der Ahnen geholt. Sie mussten schwören, Blut zu vergießen oder dem Zorn der Ahnen zu begegnen. Erzähl mir mehr über die Gräber. Erzähl mir mehr über die Gräber. Unser Volk lebt schon lange nicht mehr hier. Aber es gibt Gräber der Ahnen auf dieser Insel. Bauwerke aus Stein. Voller Schätze. Sehr alt. Die Ahnen, die dort liegen, sind sehr mächtig. Aha. Was ist der Zorn der Ahnen? Was ist der Zorn der Ahnen? Wenn die Gräber der Ahnen aufgrund ehrbarer Absichten geschändet werden, so kann es sein, dass die Ahnen sich mit einem Blutopfer zufriedengeben. Geschieht es aber aus Gier, dann erheben sich die Ahnen aus ihren Gräbern und bereiten dem Eindringling ein blutiges Ende. Na prima. Na, warte. Hüte dich vor... Ich will das Bett. Nein! Shit! Odoka, ich brauche Schlaf. Ja, ich wollte das Bett da... Ach, Mist. Ich wollte doch nur das Bett hier haben zum Schlafen. Es ist doch sonst so spät. Ach, Mensch, verdammt. Naja. Wenigstens haben wir ein paar Erfahrungspunkte einkassieren können tun. Ah, halt. Vielleicht auch noch eine schöne Blume. Die nehmen wir auch gerne mit. Blume. Schöne Blume, Blume. Das gibt es denn, dass wir da nirgendwo schlafen dürfen. Doch, eigentlich. Hier geht's dann, ne? So. Abgelaufene Stiefel. Nehmen wir gerne mit. Haben wir hier noch was? Na, da ist nix sonst, ne? Ich will mich da in dem... in dieses Bettchen hier legen. So. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Und dann nix wie raus hier. Hau schon ab! Hab nix. Ich hab nichts. Ich hab gar nichts. So. Dann werden wir die Stiefel anziehen. Sehr gut. Ne? Jetzt schauen wir jetzt schon noch was aus, oder? Äh, ich trage schon wieder falsch. Entschuldigung. So. So schön langsam wird's. Jetzt können wir uns auch an die Wildschweine heranwagen. Finde ich. Jetzt müsste's klappen. Jo. Natürlich. Okay. Da haben wir schon zuerst das Opfer. Und zuerst das Opfer. So. So. So, warte. Noch ein neun Spielstand. So, der fünfte. So, ja. Ja, ja. Komm, der Schwindel. Na, komm. Wow. Und ausweigen. 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 Oder? Halt. Schau. Schön gemacht. Sauber. Warzenschwein. Erledigt. Sehr gut. Äh, ich gehe. Weiß nicht warum. So. Schwarzer Oleander. Den nehmen wir auch noch schön mit. Perfekt. Das lief ja gut. Das lief sehr gut. Ja, weil wir halt geschlafen haben. Jetzt sind wir. Jetzt sind wir wieder auf topfit. Sind wir. Top, topfit. Top, topfit. So. Die Stiefeln da mal schön runter. Ja, schön in seinem Soldatenschritt. Und die Arbeiter. Äh. Mann, ey. Schon wieder Zuckerrüben. Äh. Dingens. Pflanzen. So. Hm? Also ich dachte, er will mich angreifen. Da war da nur seine Waffe, also sein Messerchen zum Ernten gezückt. Jo. So, da hinten oben wäre noch ein Exemplar. Aber da werden wir wieder speichern. So, ja. Hier da. Speichern. Okay. Und gehen wir's an. Servus. Schweindl. Immer fester drauf. Gleich haben wir. Jawohl. Von Wegen anlaufen lassen. Na, einfach drauf los. Passt schon. Kapital... Was? Wie? Kapitalerbrocken? Schön. Können wir gleich Bericht erstatten. Wir haben es erledigt. Darum gibt's wieder ein paar Wild... Äh, ich sag immer Wildschweine. Warzenschweine. Entschuldigung. Die werden wir dann auch nach und nach uns aneignen. Und vielleicht gibt's bald mal eine Feuerstelle, wo wir das ganze Zeug braten können. Hallo, Dom. Das Vieh ist erledigt. Jetzt musst du nur noch das Fleisch am Feuer braten und du hast eine ordentliche Ration Proviant. Jo. Ich geh mal wieder zurück auf meinen Posten. Äh, Gils hat Rum für dich. Jo. Gils hat Rum für dich. Gils, Entschuldigung. Das kann noch einen Moment warten. Hat Osorio dich geschickt? Genau. Wenn du zurückgehst, bring ihm dieses Stück Fleisch von mir. Das machen wir immer so. Er schickt uns Rum, wir schicken ihm Fleisch. Alles klar. Was weißt du über diesen Wald? Was weißt du über diesen Wald? Wenn du den Wald erkunden willst, bleib um Himmelswillen im Tal. Geh bloß nicht zu weit in die Berge. Da oben treibt sich ein Jaguar rum. Dahinter kommt noch eine Höhle. Wenn du mit deinem Leben fertig bist, ist das der Ort, an den du gehen solltest. Die Höhle hört sich spannend an. Die Höhle hört sich spannend an. Spannend? Ja, du hast recht. Es wird sehr spannend. Nur nicht lange. Ach, was sag ich. Du kommst noch nicht mal da an, weil dich vorher der Jaguar auffrisst. Ein Jaguar schaffe ich locker. Ein Jaguar schaffe ich locker. Ohne Gewehr? Lächerlich. Wo bekomme ich ein Gewehr her? Wo bekomme ich ein Gewehr? Tja, ich habe noch ein paar alte Waffen übrig. Die sind besser als nichts. Die richtig guten Waffen gibt die Inquisition nur ihren Protektoren. Okay. Und um mit so einer Muskete gut umgehen zu können, brauchst du einen Büchsenmacher, der dir das beibringt. Und wo finde ich einen Büchsenmacher? Wo finde ich einen Büchsenmacher? Hier in Puerto Sacarico gibt es keinen. Wir bekommen unsere Waffen aus Caldera. Aber vielleicht findest du einen bei den Piraten im Osten. Allerdings weiß ich nicht genau, wie du da hinkommst. Zu Fuß wahrscheinlich. Zeig mir deine Waffen. Zeig mir deine Waffen. Was hat er denn? Eine Flinte. Schaden 50. Talent Muskete. Reichweite 26 Schritte. Nachladezeit 2 Sekunden. Das wäre nicht viel. Muskete plus 5. Kostet 750. Hat den Schaden? Eine einfache Flinte wird häufig zur Jagd und zur Selbstverteidigung benutzt. Ja natürlich. Eine Bombe gibt es auch. Aha. Die macht 300 Schaden. Ja das glaube ich auch. Kein Talent benötigt. Detonationszeit 4 Sekunden. Goldkosten 250. Eine mit Pulver gefüllte Eisenkugel mit kurzer Lunte. Explodiert nach einiger Zeit und verursacht Flächenschaden. Jo. Tolch ist eh klar. 20 Schaden. Ich muss mal schauen, was unsere Waffe so macht. 20 Schaden Talent Wurfwaffen. Alles für ihr eigenes. Ja. Okay. Reichweite 8 Schritte. Goldkosten 10. Ein kleiner Dolch für die linke Hand. Enter Pistole. Schaden 50. Einmal kann man uns alles nicht leisten. Der Beuger hat. Schrotkugeln. Schaden 50 Schaden machen. Schaden. Schaden 50 Schaden machen. Talent Pistole. Reichweite 8 Schritte. Nachleidezeit 20 Sekunden. Das ist echt viel. Pistole plus 10. Goldkosten 400. Und dort eine einfache Pistole billig und schnell herzustellen. Ja. Das lassen wir mal. Danke. Wir kommen vielleicht später nochmal her. Tschüss. So. Jetzt wäre nur noch die Geschichte mit der Bärle. Taschendiebstahl lernen und so. Jetzt ist halt die Frage, woher wir... Können wir mit dir noch was reden? Was? Lass mich bloß in Ruhe. Nein. Wie geht das? Das ist die Frage. So. Naja. Naja. Ich dachte wirklich, dass... Ja. Der könnte uns das beibringen. Wahrscheinlich kann das auch. Wahrscheinlich wird man zuerst zu den Piraten rüber. Der wird uns einer wahrscheinlich mehr in diesem Talent unterweisen können. Und dann können wir Taschendiebstahl lernen, denke ich mal. Aber wir haben ja immerhin schon sein Kopftuch. Das ist ja schon mehr als nichts. Servus. Bärle und so. Wie komme ich an die Perle? Verstehst du was vom Taschendiebstahl? Tja. Kein Problem. Ich kann dir einiges über das Diebeshandwerk beibringen. Würde ich ja gerne, aber du willst ja nicht... Mach mich zu einem guten Dieb. Das ist alles eine Frage des Goldes. Ich will ein guter Taschendieb werden. Geriesenheit plus zwei. Ich dachte, wenn wir das hier zahlen, dass wir dann Geriesenheit zwei kriegen, ne? Ich bin noch nicht gut genug. Vielleicht habe ich noch gar kein Level-Up bekommen. Das könnte es auch sein, oder? Vielleicht habe ich mich da getäuscht. Abenteurer. Ruhm. 2310. Ah, warte. Rumkosten tausend. Du kannst dieses Attribut jetzt steigern. Ach so. Ah, jetzt komme ich dahinter. Okay, das geht doch von selber. Aha, jetzt könnte ich es lernen. Okay, aber wir haben nicht genügend Geld, glaube ich, ne? Es wäre gut, wenn wir da irgendwas loswerden. Hi, Kater. Zeig mir die Sachen. Vielleicht können wir noch irgendwas verkaufen. Hm, hm, hm. Was hätten wir denn noch? Blumdermäßig die Karaffe. Ich habe keine Ahnung, ob man den einschmelzen kann, diesen Goldbrocken. Bin nutzbar. Haben wir da irgendwas? Ich will ungern diese Sachen da verkaufen, ehrlich gesagt. Aber ich komme sonst nicht hin, ne? Ich möchte schon gerne den Taschendiebstahl lernen. Boah, die fängt schon an. Es fängt schon an, knapp zu werden. Ach ja. Ach ja. Ich hätte das vielleicht nicht kaufen sollen, aber das Dreckige vielleicht. Da kriegen wir noch was zusammen. Und vielleicht Bericht erstatten. Wir haben einfach mal Bericht erstatten. Vielleicht gibt es da auch was. Also Fleisch abgeben und so weiter. Vielleicht kriegen wir dann da noch was. So, an Geld. Hü, hü. Warte, muss ich mit dir reden. Nein, jetzt habe ich keine Zeit. Das hat er gleich beantwortet. Wie schön. Hallo. Die Sache mit dem Grog ist erledigt. Die Sache mit dem Grog ist erledigt. Und? Hast du das Fleisch mitgebracht? Bitteschön. Hier. Mit schönen Grüßen von Tompkins. Mit schönen Grüßen von Tompkins. Ja. Gut. Das wäre dann alles für heute. Hier hast du deine 200 Goldstücke. Deine Freundin müsste auch fertig sein. Du kannst das Geld ja mit dir teilen. Ja. So. Na, warst du schlimm, Patty? Gehen wir ein Stück, damit wir in Ruhe reden können. Wie mache ich mich? Ende. Okay. Ich glaube, es wird mir gleich den Kopf abreißen, ne? Ich muss sowieso darauf. Jetzt müssen wir nochmal genügend Gold haben, dass wir... Na, das hat ein Tausender gekostet, gell? Ich habe uns ein wenig Proviant besorgt. Supi. Gut gemacht. Her damit. Hier hast du deinen Anteil. Äh, ich denke ja, ne? Hier hast du deinen Anteil. Und hier hast du ein wenig Proviant. Eine Hand wäscht die andere. Ja, das ist anständig so. Äh, ich danke dir. Und, wie mache ich mich? Wie mache ich mich? Ich muss dir jetzt nicht sagen, wie toll du bist, oder? Doch, einmal noch. Okay, du bist toll. Danke. Und jetzt beweg dich. Sehr gut. Fürs männliche Ego muss ich ein bisschen auf unsere Figur hier schauen, ne? Schuh, ja. Äh, tausend hat das gekostet, ne? Taschendiebstahlern. Ich habe da echt scheiße gebaut, glaube ich. Hallo? Äh, Taschendieb. Mach mich zu einem guten Dieb. Es ist alles eine Frage des Goldes. Ja, tausend. Scheibenkleister. Das habe ich jetzt gar nicht übrig. Na, dann halt später, ne? Später. Wir könnten natürlich versuchen, größenwahnsinnig zu werden. Und könnten probieren, diese entlaufenen Sklaven zu fangen. Die werden mich sicher umbringen. Wenn die schon Rüstung und alles haben, das ist, glaube ich, nicht so toll, ne? Auf jeden Fall, glaube ich, darf ich speichern. Wo ist er denn? Hier. Speichern. Ja. Und dann geht's weiter. Die Pflanzen möchte ich halt nicht verkaufen. Für den Fall, dass wir hier Alchimilien können, ich hoffe schon, dass wir eben unsere eigenen Tränke brauen können. Also nach Möglichkeit möchte ich das nicht verwenden. Was haben wir denn hier? Aha, da ist auch jemand. Ah, schau mal, Blume. Na? Was machst du hier so alleine? Hallo. Was machst du denn hier? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Ich bin mit dem Schiff angekommen. Wenn du weiter nach Osten willst, gebe ich dir einen guten Rat. Geh nicht durch das Dschungeltal. Das ist viel zu gefährlich. Die Höhle hier oben führt dich zu einem Pass über die Berge. Das ist der sichere Weg. Mhm. Was ist im Dschungel so gefährlich? Was ist am Dschungel so gefährlich? Da gibt es Jaguare. Die Biester springen dich an und dann ist es rockzock aus mit dir. Aber wenn du richtiges Pech hast, begegnest du den entlaufenen Sklaven. Die freuen sich über jeden Weißen, den sie aufspießen können. Ich habe mal einen von ihnen am Rand des Dschungels gesehen. Er war angemalt und bewaffnet, sah zum Fürchten aus. Als ich gerade auf ihn anlegen wollte, war er verschwunden. Schätze, er wollte, dass ich ihn verfolge. Wahrscheinlich haben die Wilden mittlerweile überall Fallen errichtet. Mhm. Großartig. Erzähl mir mehr über den Pass. Erzähl mir mehr über den Pass. Du gehst einfach durch den Höhleneingang hier oben und folgst dem Weg. Du darfst nur nicht den Fehler machen, zu weit nach Norden in die Berge zu gehen. Wenn du zu einer Brücke kommst, musst du auf die andere Seite. Auf der anderen Seite der Insel befindet sich irgendwo das Piraten-Nest. Geh auf keinen Fall nach Norden. Okay. Was ist im Norden? Was ist im Norden? Die Höhlen dort sind mordsgefährlich. Dagegen ist der Dschungel als Spaziergang im Park. Wir haben einen Kundschafter hineingeschickt und draußen am Eingang gewartet. Plötzlich kam irgendwas Großes aus dem Nichts und hat ihn sich geschnappt. Wir sind nur noch gerannt, bis wir wieder auf den Feldern waren. Ich sage dir, das Ding war riesig. Geh da bloß nicht hin. Toll, ein Schattenläufer oder so, ne? So, Goldklee nehmen wir mal mit. Den Apfel nehmen wir auch mit. So, mal schauen, was er hier drinnen hat. Einmal Wein. Roher Fisch. Nehmen wir alles gerne mit. Ja, verschlossene Kiste. Das ist echt ärgerlich, dass wir hier noch kein Schlösser knacken können. Aber er hätte ein Bett zum Ausruhen. Soll ich? Ja, machen wir einfach mal. Bis zum nächsten Morgen, Pen. Machen wir einfach mal. Ist eh wurscht. So, dann sind wir komplett genesen. Wie gesagt, ich muss Ressource entsparen. Punkt. So. Hier ist sonst eh nichts mehr, ne? Nein. Was haben wir noch hier oben? Wahrscheinlich nur zum Rundherumlaufen, ne? Ja, ja. Okay. Na gut. Da ist, denke ich mal, der Höhlen-Dingens. Und da wird dann irgendwo dieser Eingeborene sein. Wir haben jetzt Patty an unserer Seite, ne? Also, mehr Schutz können wir fast nicht haben. Und die Patty kann wenigstens gut schießen, im Vergleich zu mir. Vielleicht treffen wir auf diesen Eingeborenen. Krallenaffe. Alter Schwierig. Ne? Wow. Okay. Okay. Oh, es geht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Muss ich auch sagen. Yeah. Krallen erhalten. Das Krallenwerkzeug macht sich schon mal bezahlt. Sehr gut. So. Sehr, sehr gut. Ich glaube, das ist sogar speicherungswürdig. So. Perfekt. So, la, la. Was haben wir da? Ein Jaguar. Aha. Ich helfe dir. Äh, Patty? Du darfst auch mal. Vollgetreten, ne? Wow. Zu zweit. Wie gesagt, zu zweit. Machbar. Alter. Alter, Betty. Betty. Bettylein. Betty, Betty. Betty, Betty, Betty. Betty, 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 Betty. Betty, Betty. Wow. Alter. Fuha. Alter Schwere. Na, sehr gut. Alter Schwere. Okay. Ähm. Ja. Okay. 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 So, ja. Den kann ich nicht halten. Gar nichts. Der hat ja Krallen und Zähne. Wieso geht? Okay, dann halt nicht, ne? Okay. Ähm. Ich glaube, ich gehe nochmal schlafen, ne? Wir haben einen Jaguar besiegt. Boah. Ich sage ja, Jaguar ist kein Problem für uns. Tja, ha, 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 ha. Überhaupt null Problemo. So. Ja, ja. Oh, schau, da habe ich was übersehen. Noch so ein Bullfarmum. So, ich borg mir noch mal dein Bettchen aus. Ich blutz mal kurz vor. Ich hoffe, der schimpft jetzt nicht. Na, schaut gut aus. Bis zum nächsten Morgen. Ich weiß, aber macht nichts. Ich bin jetzt wieder genesen. Siehst du, ich habe nicht mal Flecken gemacht. Ich danke dir. Nein, ich habe nur gepennt. So, dann hätten wir theoretisch jetzt auch noch eine Chance. Vielleicht eventuell gegen diese Sklaven. Eventuell, wie gesagt, eventuell. Wenn Patty uns weiter so brav hilft, könnten wir es schaffen. Stommen Wildschwein. Ich sage schon wieder Wildschwein. Warzenschwein. Ich meinte Warzenschwein. So. Das Warzenschwein. Das Warzenschwein. Das wird bald einmal gewesen sein. Da, da, da. Au. Okay, ausweichen. Wow. Die Betty, ne? Die haut schon mal drauf, mein Lieber. So. Passt. Und her mit dem Fleisch. Da rollt er weg. Das ist ein Rollschwein. Und eine schöne Kiste. Was haben wir denn da drin? Proviant und Gold. Sehr gut. Nehmen wir gerne mit. So. Sonst noch was? Irgendwie Krok oder so? Nicht wirklich. Na, Fisch. Haben wir das auch schon. Ich bin schon wieder verwundert. Es ist ja nicht zu glauben. Aber bevor wir uns hier weiter reinschleichen. Ich will trotzdem nochmal gerne speichern. Ich habe keine Ahnung, wo ich da hinlaufe. Ich hatte nur gehofft gehabt. Ich muss mich mal kurz umsetzen. Ich hatte nur gehofft gehabt, dass wir hier zu diesen Sklaven hinkommen tun. Aber es könnte es auch sein, dass sie unten bei den Zuckerfeldern, also Zuckerpflanzenfeldern, dass sie dort unten gewesen sein könnten. Schau, was wir da haben. Eine Blutwurzel. Ein altes Schwert und eine Maki-Behre. Warte mal. Macht das vielleicht schon mehr Damage? Na, nicht wirklich. Na. Nein. Ist das Offiziersschwert noch besser? Ah, was mache ich denn da? Entschuldigung. Inventar, linke Hand. Haben wir schon geschaut, ne? Kopf. Hält das mehr aus, als wie das? Es kupft wie katscht eigentlich, ne? Wir könnten uns derweil dieses Hemd hier ausborgen, weil das ein bisschen mehr aushält. Ähm, Beine. Ja, da müsste ich kaufen, aber ich will jetzt unser letztes Gold nicht ausgeben. Wir brauchen so viel Gold zum Lernen neuer Fähigkeiten. Das ist echt schon fast ein Verbrechen. Aber ich denke, man muss halt wissen, was man tut. Was bei mir nicht immer der Fall ist. So. Ich glaube, ich laufe hier mein eigenes Verderben, glaube ich. Das ist auf jeden Fall eine Höhle. Ich habe keine Ahnung, ob das so gut ist, was ich hier mache. Ich glaube nicht, dass das so gut ist. Das ist bestimmt... Ich hau wieder ab. Das ist bestimmt diese eine Höhle, ähm... Von der uns der Typ, die da gewarnt hat. So. Naja, wir haben schon mal den Jaguar besiegt. Das ist ja schon mal was. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ähm... Wir müssen jetzt weiter runterlaufen. Ach so, Fallen, ne? Auf das müsste ich auch mal achten. Ich laufe sicher in 20.000 Fallen rein. Das weiß ich jetzt schon. Da ist noch ein Wildschwein. Und ein Äffchen. Mei, mit Kinder. Ach so, im Wilding. Oh, natürlich schon. Hoppala. Okay. Gut gemacht. Sehr gut. Für das Äffchen tut es mir leid. Ich meine das sogar ganz ehrlich. So. Ich rote hier mal alles aus. Ich bin definitiv verkehrt, das weiß ich. Aber ich rote hier einfach mal was aus. Ich bin definitiv verkehrt, das weiß ich nicht. Wir haben getroffen. Saubär. Ha. Schön. Und dafür bin ich schon wieder am Verrecken. Ich kann schon wieder schlafen gehen. So. Ich glaube, wir sind hier total falsch, ne? Eigentlich. Keine Ahnung, wo diese Typen sein sollen. Ich glaube, zurückgehen wird das Gesündere sein. So. Nochmal aufs Ohr legen und dann vielleicht Richtung Zuckerrüben. Zuckerpflanzenfeld. Ich sage immer Zuckerrüben. Keine Ahnung, warum. Zuckerpflanzenfeld laufen. Vielleicht ist das besser. Es hilft jetzt auch nichts, wenn ich gegen diese Wildschweine versuche zu kämpfen. Ich sage immer Wildschwein. Entschuldigung. Warzenschwein. Naja. So. Und der Part wäre ja auch zu Ende. Es würde sich jetzt gut anbieten. Ja. Gehen wir schlafen nochmal. Das bietet sich, glaube ich, gut an. Und dann brühen wir nochmal runterzulaufen zu den Zuckerpflanzenfeldern. Vielleicht geht es. Dort gibt es ja auch noch zwei Wildschweine. Jo. Ach, ich laufe gleich durch. So. Gute Nacht. Perfekt. Dann reihen wir noch schnell raus. Ich weiß. Ich habe mich nur schnell ausgeruht, weil der Dschungel ist heftig. Mach dir keine Dummheiten. Ja. So. Na gut. Dann lassen wir das so gut sein, würde ich sagen. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.